Oder? Der schnellste Weg führt direkt durch diese Häuser, nicht außenrum. Runter, runter! Ach, du Hurensohn! Noch ein Mann! Eine ganze Eingreifstruppe wurde ausgelöst! Von dort aus werden sie aus der Stadt überprüft. Nach Anruf des Untersuchungen wird ihre Stromversorgung übernommen. Die Mitnahme von persönlichem Besitz, Waffen und Schmuggelware ist nicht gestattet. Untertitelung des ZDF, 2020 Beeilten wir uns, je eher wir sie finden, umso schneller können wir uns wichtigeren Dingen zuwenden. Wir flüchten! Alle zurück zum Rasterfeld 2-1-Beta! Alle Augen ab! Scheiße, bitte ruhig! Komm, in den Büschen! Verlagern! Ich bin getrofft! Scheiße, scheiße! Hast du das gesehen? Alle auf den Boden! Alle auf den Boden! Das ist ein Magazin! Nee, geht weg! Komm, komm! Du Hurensohn! Wir haben ihn! Ah! Gottverdammt! Ziel ist gefallen! Ach, wir haben ihn! Ich brauche Hilfe! Gebt mir Deckung! Granate! Scheiße! 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 Sie erfasst! Nein! Wir haben da keine Schützen mehr! Siehst du die Scheiße? Scheiße! Verstand! Alle auf den Boden! Runter! Runter! Sie sind getroffen! Verflucht! Zurück! Scheiße! Dorf in den Büschen! Was gibt's Neues? Nichts, Fester! Ich bin hier ganz allein! In Deckung gehen! Dort in den Büschen! Scheiße! Ich bin hier ganz allein! Wir brauchen die Unterstützung! Und zwar jetzt! Scheiße! Höhen! Weißt du den Büschen! Wir brauchen die Büschen! Was ist denn da? Wir brauchen die Büschen! Ich bin hier draußen! Untertitelung. BR 2018 Dorf in den Büschen! Geh zurück! Geh zurück! Ich bin fest, ihr Nagel! Geh zurück! Dorf in den Büschen! Geh zurück! Wir sind getroffen! Geh zurück! Geh zurück! Geh zurück! Geh zurück! Geh zurück! Geh zurück! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir sind alle Monster. Wir sind alle Monster. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Familienmitglieder werden Götter unter Menschen sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr haltet sie für unschuldig, verängstigt. Sie ist nichts weiter als völlig entfesselte Wut. Ihr Jin Son Kwon, hört mich irgendjemand? Ich bin auf wichtige Informationen gestoßen, die ich weitergeben muss, aber die Todesschweiterung von Haaren gibt es überall, unmöglich sich frei zu bewegen. Vergiss das Mädchen, ihre Rettung wird dich nicht von deinen Geistern befreien. Sie ist unbedeutend im Vergleich zu dem, was hier vor sich geht. Und nur darum sind wir an diesem gottverlassenen Ort zurückgekehrt. Such eine Transformatorstation und folge den Versorgungstunneln in die Stadt. Das ist die einzige Möglichkeit, sich ohne Schale zu erreichen. Als ich zehn war, kam meine Mutter auf mich zu. Wir kamen uns näher und sie fing an, ihre Zurückhaltung aufzugeben. Sechs Tage später wurde sie von unseren Freunden von Armaken getötet. Sie schalteten ihre Lebenserhaltungssysteme ab. Diese Leute, die Überlebenden, waren auch von ihr angetan. Diese Säuberungsaktion ist mehr als nur ein Albtraum für die Öffentlichkeit. Es geht darum, die Kontrolle über etwas entsetzlich Mächtiges zu erlangen. Kommando Sierra 3-5. Ziel in Sicht. Das Schussfeld ist frei. Macht euch auf alles gefasst. Sie wissen, dass ihr da seid. Alle Augen ab! Neue Spur! Erfe Granate! Alle auf den Boden! Siehst du die Scheiße? Kein Treibgruppe! Granate! Granate! Los, los! Bewegung! Granate! Kommando Sierra 3-5. Ziel in Sicht. Das Schussfeld ist frei. Macht euch auf alles gefasst. Sie wissen, dass ihr da seid. Eindgesichtet! Augensbruch raus! Hast du das gesehen? Los, los! Bewegung! Werfe Granate! Verstanden! Rücken den Tor! Gebt mir Deckung! Unterstütze gegen das Ziel! Runter! Runter! Scheiße! Skratt! Bei uns haben wir seinen Fisch! Übernehme Position! Scheiße! Hier ist gefallen! Skratt! Ja! Skratt! Ja! 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 Ich kann ihn nicht entdecken. Los, los, los! Ich gehe, ich gehe. Gebt mir Deckung, der Wutzer! Er hat noch einen abgek... Ich brauche Hilfe, gebt mir Deckung! Ich gehe aufs Feuer! Haltet ihn unter Beschluss! Feuer aufrecht erhalten! Es wurde gebrochen! Hinter! Eingreiftruppe, verlagern! Steckt ihn an! Du Hurensohn! Kommando Sierra 3-5, Ziel in Sicht! Das Schlussfeld ist drei! Macht euch auf alles gefasst! Sie wissen, dass ihr da seid! Eins, ausgemacht! Auf neun Uhr! Auseinander! Ziel auf den Garten! Ich bin in Position! Mann, gefallen! Eingreiftruppe! Mann, gefallen! ! Ich bin Phil, Getran! Kamain, rein. Der hat mich erwischt. Bleibt weg! Der hat mich erwischt. Bleibt weg! Siehst du die Scheiße? Willst du mich auf den Arm nehmen? Messener Kopf! Machen wir den Sack so! Geh rein! Verstanden! Ich geh rein! Guck nach oben! Er ist auf den Balkon! Guck nach oben! Er ist auf den Balkon! Erste Granate! Ich geh! Ich geh! Aufhör unter das Fischungsfeuer! Jawohl, Sir! Siehst du die Scheiße? Guck nach oben! Er ist auf den Balkon! Nichts! Der hat den Arm verloren! Guck nach oben! Er ist auf den Balkon! Rück hervor! Verdammt! Jemand hat den Schein! Guck nach oben! Er ist auf den Balkon! Guck nach oben! Er ist auf den Balkon! Guck nach oben! Guck nach oben! Guck nach oben! Sie werden stärker! Fahrer-Systemdiagnose hoch. Navigations- und Waffensysteme sind eingeschaltet. Sicherheitsprotokolle sind deaktiviert. Angriff auf alle feindlichen Schieber freigegeben. Angriff auf alle feindlichen Schieber freigieren. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. UNTERTITELUNG Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Scheiße, ich habe nichts mehr. Los, los, los. Kein Dreifrupper. Los, Bewegung. Ich bin frei, Wild. Ich bin hier ganz alleine. Achtung, Leistungspägel übersteigt den grünen Bereich. Ich empfehle sofortiges Abschalten und einen Diagnosecheck. Hüte ihn weg. Hab dich entdeckt. Scheiße, scheiße, scheiße. Achtung, Leistungspägel übersteigt den grünen Bereich. Ich empfehle sofortiges Abschalten und einen Diagnosecheck. Ich muss nacho'n weg. Eingreifen! Das ist ein verschissener Arm. Verstoßen! Verflucht! Noch einer ausgeschaltet! Ich empfehle es, trockiges Verbreiten und einen Diagnose-Check. Scheiße! Geht in Deckung! Scheiß an der Tür! Geht in die Kiste! Wechsler-Magazin! Achtung! Leistungstegel übersteigt den grünen Bereich. Feind an der Tür! Ich empfehle sofortiges Abschalten und einen Diagnose-Check. Unter mit euch! Unter schweren Beschuss! Geh zurück! Geh zurück! Hinter der Kiste! Willst du ihn sehen? Willst du mich verhassen? Ich brauche hier Unterstützung und zwar jetzt! Achtung! Leistungstegel übersteigt den grünen Bereich. Ich empfehle sofortiges Abschalten und einen Diagnose-Check. Der Alkohol begonnen vollständig. Fällstechnologie war auf alle Kapazität. Bis zu mir! Sch tree! Verlass! Ja! Scheiße! Leistungstegel übersteigt den grünen Bereich. Prüfe ich! Nicht empfehle sofortiges Abschalten! Scheiße! Ja! Ich bin schon von diesem. Scheiße! 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 Ja! 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 Scheiße! Scheiße, 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 Scheiße! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Scheiße, Scheiße! Ich empfehle sofortiges Abschalten und einen Diagnose-Check. Ich empfehle sofortiges Abschalten. Ich dachte, sie würde sich freuen, uns zu sehen. Ich wusste, dass du nach mir suchen würdest, wenn du noch am Leben bist. Wo zum Henker hast du gesteckt? Auch egal. Ich habe hier etwas, das ihr euch ansehen müsst. Sein Name ist Michael Beckett, wählter Eingreiftruppe. Offensichtlich hat er sich in Armacamps Geheimprojekt verstrickt. Alma. Siehst du, Familie, wie ich es dir die ganze Zeit gesagt habe, Bruder. Dieses Miststück ist ganz verrückt nach mir geworden. Kapiert hat man sie bloß erschaffen. Was sollte sich aus diesem Albtraum Positives ergeben? Sie hat sich aus dem Albtraum Positives ergeben. Sie hat nicht mehr gewaltigt. Sie hat nicht mehr gewaltigt. Habt ihr verstanden, Harakamp? Sie ist verdammt noch mal starker. Ein fleischgewordener Geist. Wir müssen sofort handeln. Das darf nicht geschehen. Als ob sie über alles Bescheid wusste. All diese paranormalen Anomalien sind wie, ich weiß nicht, wie wehen. Nach deren momentaner Stärke bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Seid ihr mit dabei?